Anders kann ich es ja nicht sagen. Wäre bestimmt toll für dich. Hallo ist noch jemand da? Ich habe hier gerade ein Problem mit dem Stream. Steht hier. Sowas findest du sonst nirgendwo. Das wird mir nützlich sein. Ich wusste, dass du das nimmst. Pass auf dich auf, ja? Hallo? Die Geschichte geht weiter. Bei unserem letzten Gespräch warnte ich vor der Ankunft der Crapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein, ähm, wie, äh, wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fischs. Es hatte drei riesige Klauen. Ja, genau, das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe. Sei jetzt still und lass Kuba erzählen. Ach, die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblerer Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem Übelsten von allen. Captain Vanjeck Wett. Stream läuft schrecklich. Ein anderer Spieler? Bude. Ein anderer Spieler? Bude. Abf 나왔ちょ… Ich weiß nicht was los ist. So – jetzt wieder, oder? irgendwie aktualisiert sich hier nichts oben steht ich verstehe es gerade ich sollte samen finden damit ich hier loslegen kann ich meine zeit und mühe zu schätzen bei mir aktualisiert irgendwie gerade bei mir hängt gerade alles ein bisschen ich weiß nicht was los ist kann ich doch nicht kann ich denn neu starten so jetzt vielleicht das hängt allgemein gerade alles ich weiß aber nicht an was es liegt ich kann es euch nicht sagen ich sehe dass sie schreibt aber oben was ist passiert ich weiß es nicht keine ahnung was los ist keine ahnung ich werde mal stream ausmachen nee ich hab ich bin die ganze zeit drin aber ich habe oben steht hier hängt alles bei mir hängt einfach alles nach bei mir hängt alles nach alles neu starten jetzt jetzt geht es wieder oben seht ihr das ganz 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 nee nee jetzt bleibe ich jetzt alles gut jetzt bleibe ich wieder nee dann lasse ich es geht alles wieder ja ich hab ach ich glaube mein internet war kurz weg oder so schaut her weil meine freundin hier unbedingt reinkommen musste ich glaube das ist irgendwas anderes ich glaube es hat sich kurz irgendwas vielleicht resettet ich weiß es nicht weil es ist ja immer noch dasselbe stream na irgendwas hat sich kurz mal ausgeschaltet wisst ihr was ich mein weil verändert hat sich ja nichts hier ja bei mir steht 3 bei mir aber irgendwie läuft wieder ja ja da es läuft genauso wie das spiel ich laufe durch die tür und es leckt schön dich zu sehen ich weiß nicht was das ist ey ich war 3 minuten das ist zwar immer noch dasselbe stream na ach keine ahnung ey ja so seltsam ist es nicht ich kann euch sagen was es ist ich irgendwas mit meinem internet muss kurz gewesen sein na weil ich war ja auch hier getrennt bei playstation und das geile an twitch ist na der stream der bleibt offen auch wenn das internet weg ist und er versucht sich wieder zu verbinden also wenn das spiel ja bei der playstation geht es nicht so einfach ne bei der xbox hättest du die chance es zurück zu geben ja bei youtube müsste ich wieder neuen stream starten ja 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 hauptsache es funktioniert weil ich hätte jetzt fast ausgemacht eine sekunde ich komme gleich vielleicht ist das kabel auch kaputt weil ich habe ein kabel angeschlossen ich kann es euch sagen vom anderen zimmer hierher vom weil der router steht drüben aber ich habe das kabel unter dem boden gelegt wisst ihr was ich meine aber ich habe das schon mal das kabel hat irgendwann mal einen bruch gehabt und dann wenn die tür auf und zu gegangen ist dann hat sich das internet getrennt eine sekunde ja 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 Vielen Dank. 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 Wir sind fertig. Der Kompass, zum Archiv muss ich noch. In a way out schon mal. Du wartest? Dann zockt. Dann zockt was. Ich brauche noch. Ich brauche noch. Was ist hier überhaupt. Was ist hier überhaupt? Don't block. Don't block. Hilf mir bitte. Hilf mir bitte. Was ist das? Oh, was ist das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ein nest? Ein nest? Ein nest? Ich wäre auch. Ich wäre auch. Ich wäre auf jeden Fall. Ich wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich es heute durchzock. No. Ich weiß, dass du da oben bist. Ich wäre auf jeden Fall. Ich wäre auf jeden Fall. Bssitz. Hier. Oh, ah, ah, ah! klappt nicht ich musste aber runter weil ich brauche alle man braucht alle fische hier im spiel das spiel ist auch cool es ist auch gut bis auf die performance ich finde spiel gelungen hätte man es halt nur noch voll vollendet na hey odin servus ey gemacht sei mit dir mein junger paderwan was geht denn jetzt also ich finde den zweiten besser wie den ersten ich weiß performance ja aber so was die welt angeht das gameplay und alles ist schon auf jeden fall gut bist du in der arbeit krass alter wie viel ich trinke ja wenn es läuft wird es richtig ja auf jeden fall definitiv aber es läuft halt nicht die stunde noch was arbeitest du wenn du jetzt am sonntag arbeit ist küche im lager kellner kellner bist du ein pimp bist du ein pimp das ist krass das ist heftig käse was ist dein lieblings käse kannst du käse überhaupt noch sehen wenn du in der käserei arbeit ist die umgebung ich habe keine ahnung ich muss mich nur konzentrieren berg käse hey helfer was geht servus ey ich muss einfach weiter klettern hat dieser käse besser käse ever oder ok selfi wieder Harzer Käse ist schon was Feines oder wenn man die wenn man das Päckchen aufmacht Na oder die Tüte da kommt einem schon der Würgereiz Ja der Luis hat sich sehr Mühe gegeben Viel sehr viel Mühe Ich muss hier auf jeden Fall runter Hier ist guck mal wie komm ich Blauschimmel Käse ist schlecht Boah keine Ahnung habe ich glaube noch nie gegessen Blauschimmel Käse Gesehen habe ich schon mal aber sagen tut es mir jetzt nichts Käse Käse ist schon geil so Cheddar Käse auf Toast Am besten ein halbes Kilo Hähnchenbrust Na dann noch mal fünf Scheiben Cheddar Und dann ist es auf jeden Fall schmeckt es ordentlich Schon geil ey Was ist hier Schmelzkäse ist super ey Schmelzkäse geht auch klar auf jeden Fall Na oder Frischkäse Frischkäse Wo bin ich denn hier Wo bin ich denn hier Hä Hä Oh Drei Rad geile Sache auf jeden Fall Ab in die Mikrowelle ey Käse ist geil ey Käse ist schon geil Kann man nicht sagen Na oder so Mozzarella Also ich kann ich dir nicht sagen aber ich empfinde es bis jetzt noch nicht als schwer Und es einsammeln in dem Spiel würde ich sogar sagen wird einfacher sein Weil du hast überall die Schnellreiseportale ne Oder du kannst von jedem Leuchtfeuer sage ich jetzt mal Kannst du ja Ähm Schnellreise machen ne BD Schau Eine Meditationskammer Wollen wir Ach was angelst du Ich jage den wilden Mi Fisch Wusstest du dass der Mi der erste Fisch war Den der kleine Skuba gefangen hat Muss ein anstrengender Tag gewesen sein Ei Ich war damals gerade mal so groß Also Das würde ich jetzt sagen das muss man hier sammeln Alle Jedi kann man braucht man Jetzt ich mach jetzt wieder eine Das ist einmal ein Sammelerfolg Äh Sammeltrophäe Das hier Das kriegt man Könne ich mir gut vorstellen automatisch Das hier Der ist hier Der Oh da habe ich noch gar nichts gefunden ne Aber Das Wie Das geile ist Äh Es gibt halt Schnellreise ne Klingt als hätte es eher dich gefangen Das ist das Gute Du musst nicht Kilometer weit laufen Du machst Schnellreise hin Holst hier den Gegenstand Und reist dann wieder zum nächsten Deswegen Alles easy Bombe Ja Das gibt es hier Du kannst ja die Karte Schnellreise Und zum Beispiel Wenn da oben was liegt Dann reist Dann reist du einfach dahin Läufst ein paar Meter hoch Wenn da was ist Dann machst du hier hin Schnellreise Wenn da was ist Hier hast du was Da hast du was Hier Da Guckt mal Da gibt es so viele Schnellreise Dinge Machs gut Marcel Danke dass du da warst Hier Hier hast du wieder was Da hast du was Da Schaut mal her Das ist Na Die Haare kannst du auch ändern Ja Ich habe ihnen ein Stirnband gegeben Oder ausgerüstet Die Klamotten habe ich auch gewechselt Ja Schon auf jeden Fall etwas Ja die Platin wird schon nicht so schwer sein Auf jeden Fall Man kann es ja auf leicht spielen Du kannst jetzt her gehen Stellst das Spiel auf leicht Und dann rennst du hier einfach durch Willkommen Jedi Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive Indem wir unsere Position verändern Verändern wir auch unser Denken Gibt es hier überhaupt ein Video Wartet mal Ein Video Ähm Das kommt mir bekannt vor Eine Sekunde So Star Wars Star Wars Jedi So Survivor All All Outfits Light Service Nein 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 All Skills Gibt es noch kein Video dazu Gibt es noch nichts anscheinend All Perks Ne Ja das werde ich am Ende erzielen Wie die Platin Wie schwierig die ist Aber Ich kann es euch jetzt sagen Die wird nicht schwer sein Na Ja 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 Der erste war auch nicht schwer War halt nur ein bisschen nervig Mit den Sammelobjekten Weil man halt überall hinreisen musste Äh laufen musste Sorry so rum Was war halt? Ja, die Pflanzen muss man hier auch wieder sammeln, ne? Ja, aber es gibt, es gibt ja, es wird ja ein Video dazu kommen wahrscheinlich die nächsten Tage, deswegen stelle ich mir das alles gar nicht so stressig. Ja, es ist Wasser, hier ist Wasser. Und hier ist auch wieder ein Wasserfall, na? Bis dann, ey, Uding. Das passt ja, ey. Das Bild, wer hier ist? Komm, ich guck mir das noch an. Das ist schon dein, soll er Dreirad fahren, Luis? Was? Stopp. Nein, 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 nein. Was ist das? da ist schon wieder wasser jetzt 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 nein 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 jetzt jetzt weiß ich jetzt weiß ja nein nein jetzt 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 schnell hoch schnell hoch obwohl jetzt wegen einer kiste das ganze jetzt ist wirklich ja ja ach so jetzt habe ich es komm mal her du auch noch jetzt 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 zeig mal her jetzt jetzt ja mal schauen jetzt muss noch weiter runter ne ne malen es ist jetzt nicht ohne auf jeden fall weil es bleibt auch nicht stehen aber das bleibt hier stehen ne 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 die muss man ja auch alle machen alle ne alle jedi tempel muss man machen alle ne ne aber wie gesagt es kommt ein video raus noch so eine frage der zeit und da wenn werden alle plätze gezeigt unten auch item das item nee das war ein ding das war der platz für die kugel ich habe gehört dagegen war im ersten transporter der abgeflogen ist das würde er niemals wo immer er ist wir brauchen ihn das ist nicht gut so das war es hier oh man Hälfte! Hälfte! Integrität gefährdet. Offensiv ist neu benächtet. Meine Scheu! Nee, nee. Ich hab doch in Richtung von dem Feind geschaut mit dem Flammenwerfer. Warum habe ich beim Anwisschen, warum hat er sich jetzt umgedreht? Keine Ahnung, er hat es auf jeden Fall einfach gemacht. Was ein bisschen tricky sein kann, ne? Oder einen Moment. Ich muss gleich mal nachkommen. Oh Mann, was ist denn hier mit dem? Nein. Alles ist cool. Hey, Kote, Sten! So, jetzt werden wir mal was probieren. Es fängt schon an hier die rückwärts alles zu machen oder was er da gemacht. Krass, krass, krass auf jeden Fall. An das Spiel ist so gut und ich, ich weiß nicht, ey. Ich versteh's, wenn ich ein Entwickler wäre, aber das sind halt Leute, ich kann es euch sagen, die haben absolut von dem was sie da, die sitzen oben, die sagen einfach nur ja und nein, unterschreiben, aber von Spielen an sich haben die keine Ahnung. Ja, Geld, EA ist sowieso beim was Geld sparen, ne, am besten nur einnehmen, aber nichts ausgeben, ne. Das sind halt schon krasse Haufen, ne. Einen Moment bitte. Viel Spaß, ne. Tschüss. So, I'm back. So, I'm back. Ihr seht es ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Ich bin am überlegen, mir das mal zu holen, ne. Ich kaufe kein FIFA, ne. Da bin ich auch. Ich protestiere dagegen, aber... Also, ich weiß nicht. Es kommt... Ja nicht. Es kommt... Vom... Vom Verband FIFA kommt ein Spiel, ne. Das hat ja nichts mehr mit EA zu tun, ne. So viel wie ich weiß. Und von EA kommt ein FIFA, das soll ja irgendwie EA Sports FC, FC Sports, na, oder EA Money FC oder sowas. Schalten 3, ach soo ist es. Zeig mal her. Ja. Mani FC, ja. Also EA hat ja schon mal die Rechte von der Premier League gekauft, ne. Die haben die sich... Die haben die... Die haben richtig viel Geld dafür bezahlt, ne. Das seht ihr mal wie viel Geld die haben, ne. Bäh ist irgendwie viel Geld. 5. 5. 4. 6. Ne, 8. 10. 11. 13. keine lift plattform hier aber ich glaube wenn ich mir viel verholen würde würde ich kein ultimate team spielen sondern pro clubs pro clubs würde ich zocken aber sonst 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 nichts das hier war früher sicherlich ein lebhafter ort jetzt ist es eine geisterstadt lasst deine sensoren laufen bd ich traue dies ja genau ja 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 ich wusste dass etwas faules krass ey ich kann mich noch erinnern ich habe das erste mal gegen ihn gekämpft na da habe ich richtig 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 heftig kassiert ey was heißt das na der hat mir richtig die zähne rausgeschlagen nicht nur einmal ach mann ist das geil so ich muss ach da ist ein haken ach so ist es wie lange das wohl schon hier war ja 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 Oh, da geht es sogar lang. Jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, was? Wer wollte das wohl alles unter Verschluss halten? Unterlippenbad. Oh, ganz gefährlich auf jeden Fall jetzt. Ganz gefährlich, ey. Tobi, danke Tobi. Thank you, Main. Jetzt spiele ich scheiße. Jetzt hierher, BD. Nein, das wäre so geil gewesen jetzt. Nein, das wäre so geil gewesen. Warum nicht? Was ist mit dir? Hä? Was ist falsch mit dir? Ist es so schlecht oder was das Spiel? Ach komm jetzt, willst du doch nicht aufgeben, weil du nicht weiterkommst? Komm jetzt, was soll das? Ich bitte dich jetzt Luis. Das gibt's nicht. Sicherer als zu Fuß. Klar, weil ich das sag. Aufgeben ist nicht. Aufgeben kannst du, wenn du ne Frau bist. Aber du bist ja keine Frau, oder? Ja, Sir. Wie soll ich sie anders erklären? Nee, bist du auch nicht. Ich weiß nicht. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Nicht, dass es heißt, ich wäre hier gegen Frauen, oder so bin ich nicht. Ja. Sir, wie konnte das passieren? Genau das will ich herausfinden. Du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Ja, ich werde mich nicht. Klar. Ja. Auf gehen. Ja. Ja. Wir werden diese biological wieder ausget婆-feiern. Ja. 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 Ein ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Oh, was war das? Was war das? Also von da kam ich. Oh, was war das? Oh, was war das? Weiß ich mich nicht. Das war das Minigolf? Ich bin angekommen. Zu Seite, Kumpel. Eine Sekunde. Eine Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Hör dich, Kumpel. BD. Verschwinden wir! Eine Art elektrifizierbare Pfeil. Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Ach so! I understand! Ach so ist es! Was es hier nicht alles gibt, na? Jetzt... Ach so! Oh! Die haben sich schon Mühe gegeben bei dem Spiel, na? Muss man schon sagen. Aber es hat halt nicht gereicht, ne? Wisst du was ich meine? Ich muss mich konzentrieren. Aber... ... 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 Ey, ging der Aufzug? Habe ich den vorhin benutzt oder nicht? Doch, der ging ja dahin. Da geht es sogar hoch. Aber egal, ich kann es jetzt durch hier. Oh, der hat ganz heftig wiederbekommen. Heieieieie. Heieieie. Es ist immer etwas aufgefahren, gar keine Frame Drops mehr. Nichts, na da, gar nichts. Nichts, läuft alles wieder. Fuuuuck. Ich kann alles. Aha. Was ist da? Was war da oben? Was ist da? Was? Kein schlechter Fund. Du bist dran, BD1. Na ich bin schon, ihr habt dich schon geahnt ey, dass da was ist. Ich habe dich schon geahnt ey. Das ist schon wieder gerocken, na? Das war knapp. Machtris? Ein Machtris. Davon braucht man auch alle im Spiel, alle. Ein Einbringling. Wir müssen mehr hin. Was soll ich ganz? Wer bringt uns um? Was? Noch mal welche? Verschwinde. Wie viele? Oh fuck, wo noch der? Ich nehme dich auseinander. Du bist wahnsinnig. Wackling! Bewegt euch das an! Mann, macht das Spaß! Du bist lästig! Du bist lästig! Du bist lästig! Ach, ich muss mit dem Großen kämpfen! Hau da rüber! Ach so ist es! Komm mal her, Baby! Komm mal her! Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Das dauert noch. Du bist lästig! Du bist lästig! Du bist lästig! Du bist lästig! und snü Wir sind lästig! Ichhole den Purcell. Hilf mir bitte. Genau was ich gebraucht habe. Abstand! Ja! Du hast alles versaut! Alles du! Egal, ich habe es geschafft, auf wir die Meister! Den juckt es, oder? Das große ist gar nicht so verkehrt. Aber bis der mal zuschlägt. Okay, ich höre schon auf. Ich bin wie ein kleines Kind, sorry. Aber ich bin hier falsch, weil ich muss... Ich sehe es gerade, ich muss da rüber. Da hoch. Nein! Alle runter! Alle, ne? Alle runter! Hier bleibt keiner am Leben! Oh! 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 Was ist denn mit euch hier los überhaupt? Korrekt! Aber die Gefechtseffizienz ist entsprechend reduziert! Muss man was probieren! Das... Verifiziert! Oh! Es wird mich mal ein... zero! Ach fuck! Komm, ich käme mal mit den Großen. Ich muss mich konzentrieren. So. Fähigkeiten. Ich habe wieder drei Punkte. Den Bau müsste ich auch mal fertig machen. Den mache ich jetzt auch fertig. Dann brauche ich hier noch einen Punkt. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Feuer frei. Arbeit weit. Fies auf ihn. Die Berliner fies. Das ist ja ein schöner Kampf. Ich kann keinen guten Treffer landen. Sie werden angegriffen. Mobilisierst Sie gar nicht los. Jetzt schießt du auch noch oder was? Du hängen gebliebener Roboter. Ich kann es sogar wegschleudern. Komm, ich kämpfe mal mit dem Großen. Da machen beide gleichzeitig von beiden einen selben Angriff. Fies auf. Ne, ne, ne. Gegen einen Gegner ja, aber nicht gegen zwei. HALO. Ey. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Habt ihr gesehen? Ich hole ihn auf meine Seite. Er kämpft. Eine Sekunden Stützung. Ich seh sie bitte! Teuer! Hals! Geld! Hilfe jetzt! Ich bin mit Decker. Verabend mit Stauber. Apoll sie! Eero, weiter! Gott, Gott! Verlinde! Du bekommst nur ein Diener! Mit dem Tod wir den Zweifel! Ich hab's nicht alles! Was ist das? Bleib auf! Hierher! Das ist wirklich kompliziert gerade. Jemand anderes soll ihn anreifen! Es ist schwer, in die Mitte zu bleiben! Das bist du gar nicht! Holen wir ihn uns! Wir haben niemand mehr für den A-Kampf! Wir werden alle sterben! Beutachten! Wir werden alle aufgeschaltet! Wir werden alle aufgeschaltet! Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Habt ihr das gesehen? Oh fuck ey! Da sind die Gehirnzellen schon lange abgestorben! Eieieiei! Ich kann nicht mehr! Und was mache ich jetzt? Komm ich da überhaupt hoch irgendwie? Was? Oh man! Wie kommst du denn hierher? Hilf mir durchzukommen! Jetzt wird sie verfolgt! Lade nach! Nein! Nein! Das klappt! Ich kann nicht mehr auf! Wut! Wut? 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 Das ist ein Schlag für die Moral! Das wird ein Stimm! Das ist ohne keinen Schuss mehr! Das war gar nicht schön! Ich sehe, wie du versuchst, zu entkommen! Das macht nichts! Das ist ein Schuss! 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 Oh, shit! Jetzt geht's aber ab hier! Jetzt wollen sie wissen, oder? Ich lege euch erstmal alle platt! Das wird jetzt krass. Das wird jetzt krass. Das kann ich euch sagen. Gegen zwei von denen. Einer ist ja schon heftig. Hey, rufst du, was du skierst denn? Hey, BD1. Das war's für heute. beim letzten gegner mann ist es krass sauer suchten mann ist es krass war nicht jetzt geschafft man wie krass gutes spiel wieder läuft das habe ich jetzt gesehen vom runde springen von oben nach unten ich werde ihnen viel zuerst dafür wurden nicht ausgewählt Was ist das? Aufweichung registrieren. Klappe Klappe verloren! Kommt zurück! Klappe Klappe! Klappe Klappe! Klappe Klappe! Was ist das? Was ist denn los? Mach doch was! So ein Drecksgame, man. So übertrieben mit dem Flammenwerfer. Kann ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen. Kann ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Ha 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 ha. Ah. Ja. Das dauert alles immer so lange. Du Schlappschwanz. Machst du einfach mal schneller, ey. Ich habe schon so lange gedrückt. Der kann die Aktionen einfach nicht abbrechen. Der kann sie einfach nicht. Ich würde das Spiel am liebsten aus dem Fenster schreißen. Ja. Das werden sie bereuen. Ja. 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 Können die mir mal erzählen, was mit dem hier los ist? mit dem roboter hier ach leute ich verzweifle eindeutig der ist afk er chillt sein leben er denkt sich nö ich habe keinen boch für dich zu kämpfen nein ich will nicht für dich ich will lieber mal hinten dahinten und die lassen sterben mit normalen komm her oh falsch sorry mit 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 ich mit 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 die mit 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 da sagst war schon alles du hast du warst auch im chat als er im chat war du warst auch hier ein moment zu hören okay ich bin ruhig markt das laser schwer auf jeden fall die abschauen aber bei mir gelingt dir das nicht selbst eine zauberei kommt nicht durch 15 zentimeter imperiales stahlglas die strukturwerte zeigen an dass wir völlig sicher sind meine analyse ergibt so lange dass ein einziglinges unmöglich bis hierher geschafft haben kann was er ist da drüben zweifellos eine fotorezeptive fehlfunktion du solltest die tür öffnen das ist eine inspektion du hast befehl mich durchzulassen das ist eine inspektion ich habe befehl sie durchzulassen entschuldigen sie die verzögerung sie werden feststellen dass alles nach vorschrift ist hoffentlich ich weiß es nicht louise ich kann es dir doch nicht sagen es ist noch einiges los hier hier sind zwölf leute hier ich bin ja schwierig wir haben ja wir haben nicht mal 10 davon ab die galaxis zu erobern ich habe gedacht das klappt vielleicht ich bin echt verletzt ja bist du heulig gewurscht der zeit mir an ist ich kam aber aus der richtung ja vielleicht schon früher kommt darauf an weißt du was ich meine das stirnband gute frage der stirnband weiß nicht ob ich es gekauft habe ich kann es dir nicht sagen entweder in einer kiste ich kann kann ich hier auf jeden fall nicht sagen welche das war oder oder beim händler ich könnte mir sogar vorstellen beim händler beim händler gegen die materialien würde ich auf jeden fall beim händler beim ersten händler weil was geht jetzt ab hier warum zeigst du mir schon wieder den weg zurück an bin ich vielleicht doch falsch das kann doch nicht sein oder warum mein auge okay 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 so sieht jemand was von euch was ich vielleicht nicht sehen was ja kann ja ob das passieren was war das was stand da was stand da nnn bomber damit können sie den außenposten komplett eine ebnen was geht hier ab überhaupt jetzt gerade mit dem game fehlt hier was ich weiß es nicht ich habe keine ahnung ich finde es gerade sehr komisch wo er so gestottert hat wo er gestottert wo war das nochmal ey ich komme gerade gar nicht klar der zeigt mir jetzt hier an habe ich irgendwas verpasst hier was ja wow wie machen wir das jetzt ich bin wieder da wie der letzte ronk hier ne geil auf der baustelle ach so ey versuchen wir es nochmal ich muss hier irgendwas machen da muss ich hoch ja ja hier rechts auch nicht auch nicht tschau die wo gehen tschüss tschüss ach so stopp jetzt sehe ich es glaube ach schau mal her dann kann ich da rüber ach so ist es stopp stopp schau mal her schau mal her hier kämpft die sind 精神 dann sie sind ieli sie 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 nicht sie 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 j sie 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 schon viele langweiler unterwegs schau mal jetzt ist das hier stopp komme ich jetzt so ich probiere mal was versuchen wir es von einer erhöhten position du weißt einfach wo du suchen musst ganz krass jetzt ich komme da jetzt in tropen du was ist das hier was ist das was ist denn das hier das überall tun da komme ich aber nirgends wohin und es zeigt mir hier aber und hier 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 jetzt wer weil ich Die sind ja nicht mehr da! Hä? Ach man ey! Der zeigt mir das hier an. Da muss ich hoch. Vielleicht bin ich falsch hier. Aber langsam geht es mir ums Sack. Jetzt hänge ich. Was ist denn hier? Das kann doch nicht sein, dass er mir die Tür aufmacht. Und hier her und hier ist nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Normalerweise wenn hier was wird, dann wird der BD2 mir helfen. Oder wird fragen, ob ich mir helfen möchte. Was war jetzt mit dem hier? Was ist jetzt hier los? Bin ich hier Sherlock? Soll ich hier Sherlock Homes spielen oder was? Was ist das? Schau mal. Hier wird mir angezeigt. Dann geht es hier rüber. Und da hört es auf. Oder? Ja. Ja. Genau. Aber jetzt ist es noch mal so. Ich glaube, ich habe es zu lange Zeit. Eine Veränderung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wann? Ich weiß nicht. Wie kann man das hier verstanden? Ich weiß nicht. Okay. was ist es jetzt sagt mir klar und deutlich schauen wir jetzt möchte dass ich ich glaube mal zurück ich bleibe an dir dran er fühlt mich doch komplett weg von da ich bin gerade wirklich mal einfach ich bin wirklich ratlos gerade ich bin wirklich ratlos was ist es hier für navigationshilfe überhaupt wo führst du mich überhaupt hin ich muss hier hoch ich muss ja noch mal irgendwas habe ich da übersehen bestimmt irgendwas habe ich übersehen das kann ja nicht sein das kann nicht sein mein auge nervt mich auch jetzt bin ich wieder hier ja 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 ich finde es so unlogisch ich komme hierher er macht mir die tür auf dann geht es hier lang aber hier soll ich weiß nicht das finde ich alles immer so ja ja ich nehme das sind vor 30 minuten und jetzt sagt der bitte hilfe mir bitte Ich starte neue, ich starte neue. Tschau! Musik Musik ja ich weiß 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 jetzt bin ich schon wieder hier du schaust gespannt zu mir klaus klaus klasse sache ich weiß nicht was los ist hier ich laufe einfach mal den weg zurück es nervt mich warum habe ich das hier runterge- ach sooo okay das hat sich erledigt dann ach super ey warte mal echte ventilator habe ich wieder was übersehen ich habe wieder was übersehen ach fuck ey oh man das war ein spielfehler ihr habt es gesehen war nicht mein verschulden ich glaube ich sollte mir mal einen kaffee machen oder so war ich habe heute nur einen kaffee getrunken eine sekunde ich mache mal kaffeemaschine an aber wie geht es euch mal ein wenig das war das war das war das war das war das war Ja, wisst du, Kaffee. Ich glaube, ich habe zu wenig Kaffee getrunken. Nein, keine Pause, nur Kaffee. Der ist gleich fertig. Ich habe die Kaffee getrunken. Ich habe die Kaffee getrunken. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So geil, oder? So geil, ey. Geil, Alter. So. So, ich halte jetzt mal eine Klappe. Ist cool, ne? Habt ihr seinen Namen gesehen? Schaut euch noch mal den Namen an. Rick? ist es geil ist es geil die hätten auch hinschreiben können rick der hausmeister das wäre noch besser gekommen auf jeden fall rick der hausmeister oder oder rick der bademeister na ja rick hat genau rick hat seinen weg gefunden rick der bademeister star wars preußmann bademeister ein angriff der radars übersteht ich weiß ich weiß ich kann das auch machen hausmeister star wars rencor oder einen gundag okay das ist hoch endlich geht es mal wieder raus ich habe mich schon langsam gefühlt wie ein heftling rick der werbepumpe installatet auf jeden fall es ist ein weiter weg nach unten wir sind so weit gekommen was ist hier da oben kommt ein großer fight oder irgendwas wird er kommen wollen wir dann zusammen zocken was sagst du so was habt ihr viel im ersten teil genau der wir sehen modifiziert aus wahrscheinlich für diese höhe ok ich sehe schon ich muss darüber schaut mal wie abgelegen das da ist da muss ich mal hin das würde mich mal interessieren was ist da oben was kann da oben sein das sieht schon zu komisch aus hier was ist hier oder muss ich da hin ja was ist hier lass uns das sie zeigen auch cool das sieht ja Pass da draußen auf die Aufkehren. Raider und Imperiale gehen sich gegenseitig an die Gäste. Wo muss ich hin? Damit werden wir fertig. Versuch Dagon zu finden. Roger. Nein. Doch. Wünsch dir auch, ey. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Mach's gut. Servus. So, ich hab So, I have a little problem here. Die Reichweite reicht nicht. Oder hab ich schon wieder was übersehen? Hab ich wieder was übersehen? Hä? Warum klappt's jetzt? Ach, egal. Egal, oder? Vielleicht bin ich geistlich schon, äh... Nicht nur über 100%. Ich weiß es nicht. Die Raiders waren schon hier. Was kommt hier? Nichts. Das kommt dann für außen. Was haben wir hier? Geht nicht auf. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Geht einfach nicht auf. Geht einfach nicht auf. Tch. Ah, da droppen die Frames wieder, ne? Ich weiß, ich weiß bescheid. Du weißt, was willst du werden? Ein Pimp? Willst du ein Pimp werden? Weißt du, was ein Pimp ist? Ein Einhorn, oh shit, jetzt wirds krass aber hier. Da wäre ich lieber ein Pimp auf jeden Fall. Na? Was ein Pimp ist? Ein Zuhälter. Oh Mann ey. Hoffentlich bist du einsatzbereit. Sieht nach einem großen Feuergefecht aus. Wo wolle ey? Wir schaffen das. Ein Pimp. Ich habe anscheinend einen Radar hinter mir, muss ihn abschütteln. Ich habe ein Pimp. 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 Wir haben keine Chance gegen die Jedi. Angriff! Ach! Ach! Fein! Ach! 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 редisiere Zeit Ich weiß nicht wohin. Die Kamera Mann, jetzt reicht es mir wieder. Das ist so geil, die Kinder. Ich bin mir schädet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Das ist so ein Scheißdreck. Wie behindert ist das schon wieder? Total übertrieben. Ey, was die aushalten, ne? Ist auf jeden Fall nett übertrieben, ne? Gar nicht. Da macht der beste Jedi sogar nichts. Also so ein Käse wieder, ne? Harzer Käse. Feuere! Auf den Fortschritt, dafür wurden wir nicht ausgewählt. Sind wir gut genug für den Krieg? Mach jetzt keinen Fehler. Ne, na, du brauchst der Drone da fallen, na? Hilf mir, bitte. Das hältst du nicht durch. Halte sie auf. Du, fett mir deine Schaff. Lass uns tanzen. Lass nicht deinen Kampf. Schwach. Bin in der Luft. Er ist getrunken. Nur ein Glatzer. Kommt jetzt, helfe. Boah, war das nicht. Noch nicht erledigt? Schon wieder die Hälfte raus, ne? Wenn man einmal streit, gehen die Leute raus. Aktiviere den Kopfbösen. Ist das so? Deine Wunde ist nur eine Wunde. Sieht nicht gut aus. Halte dagegen. Diesmal nicht. Ich glaube, manche sind übersensibel. Kann das sein? Na? Alter, was soll ich jetzt hier machen? Crazy, ey. Manche sind übersensibel, ja. So, ich muss mich kurz aufschlagen. So, ich muss mich kurz aufschlagen. Perfekt. Ich werde dich ausschalten. Ja, klar. Muss, muss man ja machen, ne? Geht ja nicht anders. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein krasser Bossfighter auf jeden Fall kommt, ne? Oder vielleicht auch nicht. Crazy Bossfight. Oh, der habe ich schon gesehen. Ist wahrscheinlich schon wieder aus. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier geht es auch nochmal rüber. Unmöglich, solche Leute, ey. Stimmen, bitte, Kumpel. Ach. Ups, falsch. Ah, verstehe. Kommt es jetzt nochmal runter, oder? Oder komme ich... Nö, na? Muss ich jetzt wieder? Ich glaube, ich muss wieder drauf schießen. Halt dich fest. Oh, ho, 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 ho. Hey? Das war ich dir schuldig. Ich suche einen Landeplatz. Was habt ihr da? mit dem observatorium vor nur ein bauer hast du ein kommunikationsgerät so was geben da oben schon wieder das war mal anders anders nochmal kommt ihr habt ihr das wieder gemerkt die frame droppt schon wieder aufs minimalste hoho man das ging aber schneller hei 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 was mit jürgen ganz ganz krass aufzug ich kann mir schon vorstellen was ist vielleicht stopp erstmal fahr ich runter schau wohin der aufzug führt genau jetzt bin ich hier dann hat der meister schlecht gewählt ja ja wenn du mich findest warte ab ich komme gleich gleich bei dir ich brauche schnell was zu trinken da bist du ja ja warte mal ich muss mich mal richtig hinsetzen hier ja ich sitze nicht in der mitte merke ich gerade langweilig das lass ich gleich du hast mich erwischt du hast mich dass du ich habe gewinnet du hast du hast du kannst du hast 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 Ich bin wieder. Oh, gut. Krabb, wo ich mich kratzen muss, du Idiot, ne? Mike, ist es vorbei. Da musst du dir schon mehr Anteil lassen. Ei, 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 ei. Werden spart sich wirklich keine Mühe, um uns aufzuhalten, was? Der Himmel wird leerer. Ah, das gefällt nicht. Vielleicht hat er den Kompass gefunden. Wir müssen uns beeilen. Der Kompass? Bis bald. So, ich kam ja von hier, ne? Was ist... Ich sehe schon wieder, schaut schon wieder so komisch hier aus. Da ist unser Mann. Diese Tür bewegt sich nicht. und dann gibt es eine Du schläfst bald ein? Tanzhallen oder so, ich weiß nicht. Nein falsche Taste. Falsche Taste. Der Chat ist leer. Der Chat ist leer. Komm, komm, komm. Zock doch was. Irgendwas, ich weiß nicht. Tetris. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompers. Ja, ich kenne das. Sorry. Sorry, sorry. Ja, ich kenne das. Sie haben die Batlam Raiders unterschätzt. Aber ich habe so ein Spiel, ey. Degen mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalore. Nur über meine Leiche. Gibt es schon einen neuen Teil davon, ne? Aber dann gibt es noch nicht auf, äh... Oh, Framedrop, Framedrop. Jetzt geht es wieder. Oh, Freude. Der einzige Weg führt nach oben. Ja, aber ich werde es nicht spielen. Den ersten. Den zweiten auf Konsole werde ich mal spielen, den ersten aber nicht mehr. Und der Hype bei dem Spiel ist auch mehr oder weniger. Vom zweiten Teil. Was ich gehört habe, ist seitdem gar nichts mehr. Dann sollten wir das Tempo erhöhen und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wo sind die ganzen Raiders? Das gefällt mir gar nicht. Hat nicht lange angedauert. Ich weiß, das Spiel ist rausgekommen. Viele haben es gezockt und seitdem habe ich aber auch nichts mehr gehört von dem Game. Ich weiß, das ist das Spiel. Mann, 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 ey. Warum? Jetzt kaktisch für Schwierig, ich hab, na? Bereit? Jederzeit. Einer für dich, einer für mich. Nett von mir, dass du teilst. Es wurde ein Kampf. Bereit, Bruder? Jawohl! Leite Energie um. Du bist okay. Du hast es gesehen, BD? Okay. Hey, wer ist denn echt? Schlag zurück! BD, hilf ihm! Crazy. Hey, komm, was ist denn? Mann, was kommt denn jetzt, ey? Das Level geht schon ewig, na? Ewig! Das zieht sich ganz schön, aber ich find's, ich find's nicht schlimm, auf jeden Fall. Stört mich nicht. Na? Kannst du das, den Code schließen, BD? Natürlich! Ja, du Mühe, Kerl! Ja, du Mühe, Kerl! Ja, guter Versuch! Schau, komm schon, wir dürfen uns den krass gehalfterten Typen nicht geschlagen werden. Wird gewohnt. Komm schon. Ich weiß gar nicht. Schau, komm schon. Schau, komm schon. Das Ding ist die ehe Kritik wert. Nee. Systemschaden. Lauf wieder rum. Dein Boxer. Seil. Reichter so. Ein bisschen Hilfe koppeln. Hab ich jetzt eine Sim geklickt oder nicht? Jetzt bin ich. Ein bisschen. Okay, okay, okay. Crazy, crazy ey. Da machst du gar nichts. Wenn alle das schießen anfangen und es schlägt noch einer. Das ist ja... Das ist ja nur noch eklig. Das ist krass. Das ist halt die geworden. Ne, ne, hinter, hinter, hinter. Die schießen alle wieder. Wer auch. Jeder kann schießen, ne. Auch ein Zielkerl. Der schießt denn schon wieder von hinten. Du Idiot. Mach doch auch mal was. Du Spasti. Wie soll man sich da denn aufregen schon wieder? Alter. Du bist okay. Ich bin okay. Er labert nur. Super. Der guckt nur zu. Ich hasse... Ich hasse NPCs. Überhaupt nicht. Ich... Ich... Da käme ich lieber alleine. Was ist mit dir jetzt? Er läuft weg von mir. Was ist hier? Oh man. Oh man. Haha. Er haut wirklich ab. Ich kann nicht mehr das Spiel machen. No. Ah. 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 Ist das schon nicht mehr threaten denn? Was hab ich nicht mitgezählt. Stressig, stressig. Was machst du da eigentlich mit diesem Ding? Hier die Zeug. Mach dir keine Sorgen. Angeber. Nochmal. Nochmal. Hei. Ah, 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 ah. Das war alles. Wahrscheinlich vieler vor, aber macht das Sense? Ah. Kürzung? Ich werde Sie Kandidaten von dieser Disk auslesen. Hä? Hä? Das geht ja... Müssen wir noch weiter gehen, oder? Ach... Nee, 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 nee. Ganz falsch. Ich hab ihn auch. Okay. Ich habe schon wieder was übersehen, aber das ist ja direkt über mir. Hier ist das Ziel schon. Ah, nee, 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 nee. Hier komme ich ja her. Das ist eine Abkürzung hier schon wieder nur. Das ist eine Abkürzung hier schon wieder nur. Das ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung hier. Das ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Da von der Seite. Da ist ja eine einzelne. Das kann ich ja auch nicht durchschmeißen. Da muss ich es noch mal so probieren. ich stehe schon wieder da ist ja nichts er will hier lang da muss ja noch irgendwas sein rodolfo habe ich schon irgendwie ich übersehe schon wieder die ich gebe euch zurück und dann Ändern wir den Winkel. Eures Spielzeug, was? Die Wissenschaftler der Republik hatten's gut. Die Wissenschaftler der Hauptstadt, die überhaupt nicht in der Mitte. Und dann kommt die Waffe. Die Schmutzung sind die Schmutzung. 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 Die Schmutzung ist die Schmutzung. Okay. Das ist wurscht. Wurscht wie wurscht. Da geht's zum Observatorium. Genau hinter der Armee von Bedlam. Die Droiden. Wir haben genäßert. Wir sind weit voraus. Jetzt müssen wir wohl kämpfen. Das machen wir noch. Nicht nachlassen. Es braucht keine Zurückreisung. Du hast geschafft, Herr Rauch. Jetzt gilt es. Das können wir besser. Die Resselschaffung. Ja! Wir sind ganz nah. Hoffentlich hast du was für sehr genau gespart. Oh je, oh je, oh je. Also wenn sowas schon vor so einer Tür kommt, weiß ich schon, was abgibt. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich müsste eigentlich mal aufs Klo, aber ich mach das jetzt. Ich mach's jetzt. Na? Er schon wieder. Ich will nicht zurückkehren. Sucht mich oder geht nach Ternalor. Es ist eure Entscheidung. Er hat die Nachricht wohl einigen Jahre zu spät erhalten. Wenn Santari zu mir gehalten hätte, hätten wir den Rat überzeugen können, dass Ternalor das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei. Ihr seid nicht frei, Deggen. Ihr seid allein. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? Wie konntet ihr zulassen, dass die Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt? Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler. Dabei seid ihr ein Versager. Sie haben uns nicht gesiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet? Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Hey, Shemi. Was geht ab, ey? Alter, Gangster. Ja, Samus läuft. Mal, mal sehr gut. Mal gut. Mal wieder normal. Und manchmal riecht grobenschlecht, ne? Und warum sollte ich das tun? Du bist abgefangen. Wenn die Optionen ausgehen. Und du stehst deinem besseren Leben für meine Kleine im Weg. Her damit. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Tenelor, Ruhe! Oh, Frame Drops so feines Zähne. Wurde auch Zeit. War's das? Na. Da. Schwach. Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Das wird euch ins Graf bringen. Crazy, crazy. Auf die Knie vor mir. Alter, geh du vor mir auf die Knie, du Ratte. Wie redest du mit mir? Ihr werdet leid. Ihr ehrt wärmlicher Nasen. Wie redest du mit mir? Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verlassen. Oh, wie ihr? Ihr seid eine Blasmarsche. Hilf mir, bitte. Oh, ich hab sie. Oh, ich hab's. 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 Sorry. Hey, er hat eine Hand. Einen Arm hat er. Einen zweiten Arm. Hey, woher? Barbie hat es mir wirklich gespielt. In my Barbie world. Oh, ist das geil. Ey, wenn das Laserschwert angeht, ne? Ich muss euch sagen, da geht mir einer ab. Ich muss euch sagen, Ich muss euch sagen, Wuuuuh! Kinderspiel. Was, Mann? Du stirbst. Na? Ich könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. Verneigt euch vor mir, Jedi! Geld euch! Fehler! Gib mir ein, bitte! Okay. Ihr seid eine Blattmache! Kämpft mit mir! Ich bin einfach überlegen. Ja! Hält mir! Das kann euch nicht hätten. Hilfe, Biddy! Ich bin überlegen! Nicht du! Was? Ich lege am Boden! Ich habe ihn noch besiegt! Was? Ich... Wie fühlt es sich an zu wissen, dass ihr gleich sterben werdet? Ja, jetzt zu Barbie gespielen. Euer Leben nichts wert war! Widersetzt euch nicht! Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken! Ja! Ich spüre es! Verlust! Verlust! Leid! Reue! Zorn! In solchen Gefühlen liegt enorme Kraft, aber ihr war zu schwach! Und nun ist es zu spät! Die Fähren starten! Ich werde nicht zurückkehren! Ihr seid verloren! Ihr seid vom Weg abgekommen! Und ihr... seid kein Jedi! Ihr... Du bist! Entfernen! Ihr seid! Bitte... Sag mir, dass das echt ist. Was ist passiert? Eine Art Machthalluzination. Angetrieben durch Angst. Ich hab sie ihm gespiegelt. Nicht mehr so furchteinflößend. Noch in einem Stück. BD? Sind das gute Neuigkeiten? Vielleicht hatte Dagon recht. Bist du sicher, dass du nicht noch... Du weißt schon. Denk mal nach. Tenalur ist eine Festung. Wir sollten sie für den Pfad nutzen. Verbündete sammeln. Trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Ich weiß nicht. Das wäre riskant. Alles ist riskant. Solange das Imperium existiert. Außerdem... Willst du, dass Katha ihr ganzes Leben in einem Versteck verbringt? Wenn sie dann sicher ist, Kel... Dann schon. Und nur dann. Ja. Ja, hör zu. Ich versteh dich. Aber irgendwann... Muss sich jemand dem Imperium stellen. Wieso nicht wir? Cordova wird das reparieren. Zurück nach Jeddah. Klar. Ich seh mich vorher um. Vielleicht find ich... ne Betriebsanleitung oder so. Wir kriegen das hin. Ja. Hey Kumpel. Du hast mir den Hals gerettet. Schon wieder. Danke. Ich bin welcher. Ich hoffe, es geht um sie zu tun. Ich bin mir schützt. Ich bin mir schützt. Lausig, lausig, lausig. Was hab ich noch im Bonus erhalten? Es geht weiter, ja. No, 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 no. Was haben wir hier für einen Aufzug? Oh shit. Ich glaube, es ist der längste Aufzug in irgendeinem Spiel, wo ich mitgefahren bin. Der führt mich sogar gar... Boah, der führt mich hier runter. Zeig mal, wo bin ich? Krass, bin ich hier? Ach, hier bin ich. Heftig, heftig. So. Ich brauche Schnellreise. Schnellreise. Bringen wir den Kompass zu Cordoba auf jeder... Okay, dann müssen wir... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... ... ... Kein Bock auf die Charaktere. Und als nächstes geht's nach Nach China, ne? Ich freue mich auf Tannelor. Ich auch. Aber eröffne bloß nicht gleich eine Hexenschule oder sowas. Und auf keinen Fall lennst du deine gruseligen Schwestern ein. Aber sie sind jetzt hier, Grease. Überall um dich herum. Augen geradeaus, Kerl. Wir landen. Augen geradeaus, Kerl. Augen geradeaus, drin. Da gibt es eine Trophäe. Verteidige das Archiv. Also kann man davon ausgehen, dass das hier angegriffen wird. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es demnächst kommen wird. Ich repariere. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordoba in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin könnten. Gut. Hey, hier kommt mehr Tee. Ist allerdings ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grace. Dankeschön. Haha, sehr witzig. So, hier kommt die zweite Runde. Was sagt ihr? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt ihr nicht mit nach Tenalore? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads. Was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister Tepal wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Ich hatte eine gute Lehrerin. Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause. Auf Tenalore. Auf Tenalore. Auf Tenalore. Hey, Moment mal. Sia, heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grace. Oh, ho, 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 ho. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. So später? Dann werde ich Sie lieber begleiten. Und wo da drin steht, die Mantis eigentlich genau. Bei Nacht ist es da ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Ich begleite dich. Mach nichts Unheimliches, Sia. Sia, werden uns die Anakoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Wir haben es geschafft, Baut. Ja. Hey, Chromie. Was geht, ey? Servus, was läuft, ey? Ich habe etwas beschäftigt dich. Servus. Servus, servus, servus. Ja, du kennst mich zu gut, Rota. Wie geht's dir, Chromie, Homie? Was läuft? Ich denke an Kata. Man kümmert sich ja um sie, aber... Ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast, wird sie verstehen. Das hoffe ich. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tenenor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort fußfasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Was läuft bei dir? Bist... Hey. Bist du wieder in Holland? Morgen haben wir ein neues Zuhause. Oder bist du auch bei deiner Freundin? Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, Bruder. Klar. Ich werde Kata eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Lehre liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht. Dominik, please. Please, Dominik. Mach mich nicht fertig. Dominik, bitte. Der Orden ist vernichtet. Bitte, Dominik. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und... Ich weiß jetzt, was ich will. Hast dir auch Zeit gelassen? Ach, Mann, ey. Hast dir auch Zeit gelassen? So ist es mit den Frauen, ne? Ein Mann nimmt sich, was er will. So ist es. Sieht her, sie sagt, schnell hast du dir aber Zeit gelassen. Ich habe schon seit acht Monaten drauf gewartet. Ich gehe schnell aufs Klo. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Also, wie ich hier raus habe. So, wie es ist, neben mir schon das He gren options. Ich bin kurz rüber. Sob nu, wie immer sind wir selbst und auch ein bisschen anderes abgestattet. So, wie auch immer Seojoch, Was los, mein Baby, was geht ab bei dir, erzähl, du willst wieder pressen, na, du willst wieder pressen, stimmt's? Später gibt's was, später, später, oh mein Auge, es nervt mich, so, das Archiv, was müssen wir machen, ach, sieh nach, die Trophäe gab's jetzt nicht irgendwie, na, Wüstenpassagen, わ, waa waa, waa waa, waa waa. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Crazy, ey. Hips auf, hips auf, hips auf. So, jetzt wird wahrscheinlich was passieren, davon gehe ich aus. Waffen wir eine Pause. Zwei Schwerter. So, dann füllen wir noch das da oben. Dann habe ich schon einen zweiten Baum. Dann noch einer und dann gibt es eine Trophäe. So, wo ist er? Da ist er. Cordova. Wo ist der Cordova hier? Hat's geschafft? Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Laut. Es tut mir wirklich sehr leid. Du kleiner. Mein Junge. Du musst das nicht tun, hörst du? Der erschießt ihn jetzt. Krass, ne? Der kam mir am Anfang schon zu komisch vor. Weil ich musste mit ihm eine Mission machen. Und er hat aber gemeint, ich soll die anders. Ich soll das anders handhaben. Und soll einen anderen Weg einschlagen. Ich soll das nicht alles zu machen. Na? Ganz, ganz komisch, ey. Und jetzt... Heftig. So, der nächste Jedi-Meisters Tod. Oh, das ist ne Lenkung. Besser wie jedes Formel 1 Auto, oder? Oh! 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 Ups! Na, das ist es wieder, ne? Ja. Da ist die Jedi-Meister abgenüppelt, ne? Ist er schon wieder gestorben, weil er schon wieder zu weich war, na? Ach mein Junge, das musst du nicht tun, na? Das musst du nicht tun, das muss nicht sein. Anstatt ihn tötet, versuchte er auf ihn einzureden. Na? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wie du ihn kennst, oder? Wieso? Wieso, Baut? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Kortover getötetet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Bestimmt Darth Vader. Was hast du getan? Das kann nicht sein. Krass, oder? Krass. 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 Das ist dein Detonator! Geh und rette deine Familie! Sieh mich mitgenommen. Ich soll hier sterben. Es ist, es ist gut, aber jetzt gerade schon wieder, das droppt. Manchmal ist das Spiel, ja selten ist es. Bis wieder, seit heute in Holland, ja? Hast du ja erzählt, Sonntag bist du wieder daheim, ne? Ja. Einfach schon. Manchmal sieht es gut aus, manchmal nicht. Ja. Respawn? Echt? Habe ich was verpasst? Habe ich gerade nicht aufgepasst? Na oben! Halt sie auf! Lassen Sie nicht in das Archiv! Ja, Meisterin Janda! Das ist unser Zuhause! Lassen Sie nicht in das Archiv! Ja, das ist unser Zuhause! Ah, ja! Oh! Ah! Ah! Nein, waren wir dran! Ich finde schon ein... Ah! Ich bin lange, bei einer Verbot! Ich muss verschießen! Ah! Ich fühle mir das Kär. Aha! Er kommt schnell! Wer kommt zurück? Ja! Wir können gar nicht verlieren, stimmst du? Landungsschiffe müssen sie so lange wie möglich aufhalten. Rampions! Rampionsbildung nicht! Wir können nicht ewig werden! Was war das gerade, ey? Was war das gerade? Oh Mann, ey. Hat das Laser-Schwerte-Sidat angefangen, ne? Boah, ist das geil! Boah, das gefällt mir, ey. Aber das Imperium greift das Haupttor an. Na, nicht so wie Carly-Boy. Na, der wird schon langsam weich, ne? Man merkt's. Umso näher ist zum Spielende. Zum Spielende kommt, umso weicher wird der. Mich wundert's nicht, dass die ganzen Jedi hier sterben. Na, so weich wie die sind. Na? Konzentration. Das wundert mich nicht. Also, ich würde auch keine Jedi sein wollen. Definitiv nicht. Na? Ich kenne eine Abkunft. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung... Jetzt müssen wir wieder in Star Wars kommen, um sich die Seite auszutreten, ne? Sowas müsste mal wieder kommen. Komm ich durch! Information! Not auf, Herr mit mir! Tipp' uns auf! Martin? Also ich würde gerne Sif auf jeden Fall, ne? Definitiv! Oh Mann ey! Ich würde sie dann alle abschlafen, ne? Ohhhhh! Herrlich ey! Ne? So! Das ist schon stark ey! Ja, durchbricht ohne Probleme die Abwehr von dem. Gut, ne? Geht mit der Beste! Nach oben! Wir müssen die Kampfläufer stoppen! Ja! 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 Wie viel Schaden die einfach macht! Ja! 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 Ja, desto stärker in Gegner fällt ist er richtig aus! Ohhhhh! Wir müssen diese Kampfläufer zerstören! Wo bist du? Warum? Whether it is possible Do you want to run? Do you want to go out ? Schießen? So, der zweite? Ein Augenblick, um mich zu sammeln. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Halt! 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 Was jetzt? Runter zum Hangar! Gut gemacht! Du auch! Gut gemacht! Hören Sie mich? Sehr! Was für eine schöne Überraschung! Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben! Verstanden? Viel Glück da draußen! Sie haben das wohl bewussten! Drängt sie zurück! Nein, Mike! Ah, facken die Idioten, ey! Jawoll! Ich würde es am liebsten nochmal wieder wohnen! So, eine Sekunde! Es gibt hier... Das machen wir mal weg! Machen wir mal weg! Na, da ist es! Das hätte ich jetzt hier machen können, ne? Aber... Feuer! Ha! Schmerz auf, los! Feuer, Gemeinschaft! Ey, das mache ich auch nie! Ich versuche zu schmerzen! Ich versuche alle hier, es schmerzen! Ich versuche alle hier! Ich versuche dich, ich versuche alle hier! Vier Stücke, Mann! Sehr, habt ihr das gesehen? Vier Stücke! Mach doch! Schaut, ihr macht das schon wieder nicht! Ich drück, ich drück, ihr macht das nicht! Warum? Ich versteh das nicht, ey! Das Spiel ist so ungenau, Mann! Ey, da krieg ich! Meine Güte, ey! Ich drück, ich drück, ich drück! Nichts passiert! Egal, Hauptsache, ihr habt die Trophäe! Das ist das Allerwichtigste! Sowas... Krass, wie viel die eine hat, ne? Krass, wie viel die eine hat, ne? Habt Vertrauen! Wir werden sie stoppt! Die Pause ist vorbei! Hör auf, nicht zu verstecken! Vorsicht! Bisschen krass, hier! Egen Ziele! Formation halten! Jetzt wird's krass! Jetzt habe ich keine Aussauer mehr! Was ist das für ein Schaden, Mann! Es ist eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen! Sie kommen! Jetzt gilt es! Sie sind hier! Ich kann sie aufreißen! Sie werden den Hangar zerstören! Genug! Feiere auf die Imperialen! Was ist das für ein Schaden? Ein Schaden ist brutal von mir! Oh Mann, bin ich froh, euch beide zu sehen! Er bekommt mit dir Waffen! Was Neues von Karl? Nein, doch nicht! Ich bin sicher, es geht ihm gut! Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet! Sehr! Was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrefft! Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln! Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen! Die Kontaktcodes des versteckten Pfads! Ich komme mit... Nein! Merrin, du musst hierbleiben und die Mantis verteidigen! BD, geh mit dir! Halten sie sich bereit, Grease! Wir sind bald zurück! Hey, sieh! Kommen sie wieder! Sie schafften das! Danke, Grease! Was? Was? Ich denke mal... ...die Richtung, oder? Tilla? 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 Ohhhh! Ich hoffe, Kel ist okay! Aber wir müssen uns beeilen! Noch haben wir Zeit, die restlichen Anakuriten zu evakuieren! Wahrscheinlich wird ein Postkampf kommen, oder? Und so viel vom Archiv zu retten, wie möglich! Dann brennt noch alles! BDS! Bring das zum Mantis! Wir sehen uns am Treffpunkt wieder! Jetzt kommt Darth Vader, sein Vater! Ja? Nicht Darth Vader, sondern Darth Mother! Was? Er kommt wirklich! Der kommt wirklich! Ich hab's! Was ist hier los? Was? Ich lass mich freiwillig sterben! Der beste Charakter im ganzen Star Wars Universum! Geil! Ich lass mich sterben! Ich will nicht kämpfen gegen ihn! Ich will doch nicht gegen den Besten! Nee! Boah, ist das geil wieder, oder? Schaut durch den! Einfach geil, oder? Boah! Schaut durch den, Mann, wie er da steht, ne? Darauf hab ich gewartet! Es ist das Beste überhaupt schon wieder! Das Beste an dem ganzen Spiel gibt's jetzt schon! Darth Vader! Ich will ihn nicht töten, ne? Wir sind Homies! Er weiß es bloß nicht, ne? Mal schauen, wie stark er ist! Mal schauen, wie stark er ist! Luke, ich bin dein Vater! Ja! Danke! Danke, Michael! Homeboy wear! Auf jeden Fall, ey! Homeboy, Vater! Hehehe! Episch! Schau mir mal an, wie groß er ist, ey! Ist ein richtiger... Hallo! Das macht der... Jetzt macht der... Jetzt macht der Ernst! Das mach ich! Hallo! Darf! Was geht ab mit dir? Diese Ashe damit sie uns hierhin einfach... Ha takie... Nossa Medic! Kaiseraku, der ist ein gryp", ne? Denvé ist sehr schön! Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren! Ich'll nicht gegen ihn gewinnen, ne? Without you mają really? Das hört sich jetzt dumm an irgendwie, aber... H aunque das Park Office quen days! PEPX! Schaut euch mal an, wer das steht! Ich kann das immer noch nicht vorstellen! Para... Der Vater, der, der, der Vater, der, der Home, Home, Homeboy-Fadder, ne? Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Hat man es nicht schon wieder, ne? Den, der, 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 der. Spiel mit mir was ist denn jetzt mit dir Stärker geworden ich habe mich nur von meiner angst losgesagt das wird sich zeigen jetzt sind wir mal ehrlich Schau mal wie ihr die herhaut Der steht sowieso wieder auf Der macht jetzt kurz mal ein Poissien Wahrscheinlich trinken wir gerade einen Tee Schau mal wie ihr ist der krass mann der schlägt schnell und so stark hey jetzt war schon wieder alles von vorne und so Hallo? Alter, der ist krass, Mann. Jetzt stellt euch vor, ich würde auf Jedi, auf Jedi Großmeister spielen, ne? Was ist denn los? Ich bin... echt? Spannend, ey. Ihr seid sterben. Ja, komm jetzt, ey. Okay. Ich bin... Ich bin... Was war denn das für ein Bug? Das steckt! Das wäre jetzt zu weit gewesen, ne? Zu viel ist gut, ne? Na? Darth Vader stirbt nicht. Er geht jetzt, ne? Erstmal einen Kaffee, ne? Der wäscht sich jetzt so, ob nichts gewesen wäre und sie stirbt halt, ne? Und dann darf ich wahrscheinlich am Ende mit Carl gegen Darth Vader kämpfen. Oder mit Carl. Carl, Carl, wie auch immer. Carly, DJ Khaled. Schöne krasse Schwinn, ne? Cool, oder? Das Spiel ist krass, ne? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist ein krasses Game. Bis wenn die Performance halt nicht manchmal so unterirdisch wäre, ne? Das ist ein heftiges Game. Ich finde es auch cool. Ne? Ein bisschen... Ein bisschen Zitrone, ne? Ach, geil, ey. Ne? Ja. Ach. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Danke Milch ist Gift Okay, krass Milch ist Gift So weit, so gut Okay, ich bin bereit Wo hin? Wir müssen ihn finden, BD Falls er überhaupt noch hier ist Crazy Crazy Okay, ich bin bereit Das wird wahrscheinlich schon wieder was übersehen, oder? Achso, das geht sogar hier rüber Oder ist es du ich? Du musst die Flugbahn justieren Das wird fluppen, Lucien Oh Hä, war da gerade was? Der war krank, oder Clips? Das Spiel ist krass Das Spiel ist krass Das Spiel ist, ich finde es krass Da kann man Na, wenn die Performance jetzt noch so geil wäre wie in Dead Island 2 Na Dann wäre das Spiel schon heftig Wisst ihr was ich meine? Dann wäre es jetzt so Ja so runter Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist Peter Zwiegert Peter Zwiegert 34, ey Oh Mann, ey Ach, die Namen sind schon krass, ne Da muss ich durch, hier muss ich durch What's wrong with this game? Warum zeigt er mir hier einen Bogen an? Ich verstehe das nicht Hier ein verbranntes Spiel, ey Ne, habe ich nicht, Chrome, ey Das wären 100 Euro gewesen, kannst du vergessen, ey 100 Euro, das ist 100 Euro für ein Spiel Habe ich einmal bezahlt für irgendeinen Call of Duty damals und das mache ich nie wieder Habe ich nie wieder Ne Schau mal an, da muss ich ja irgendwie von da Ja Aber EA, die sind so toll und so nett Falls du Äh Falls du das dann doch upgraden willst, na Zahlst du halt 20 Euro Die sind so Das ist richtig toll Die kümmern sich um einen Falls du dir dann doch überlegen möchtest Ey, fuck Na, hätte ich mir halt doch die Deluxe geholt Na, und bereust es im Nachhinein Da kannst du nochmal zuschlagen, wenn du willst, ne Ach Mann, hätte ich sie mir doch geholt Ah Die sind so kundenorientiert, na Die Was Ein Service, genau, ne Was ein Service Ach Schau mal her Ach so, da ist aber das hier Die kümmern sich um die Kunden, ne Na Auf jeden Fall, ey Was Kundenfreundlichkeit angeht Gibt es nichts Besseres wie EA Auf jeden Fall Wenn du einen Geldbeutel weit genug aufmachst, ne Auf jeden Fall, ey Wahrscheinlich ist da noch irgendwo ein verstecktes Abo dabei Ja, genau Na Auf jeden Fall Das sind, das sind schon die Heiligen Samariter, ne So Ich habe ein Problem, wie ihr seht Ich komme wieder nicht weiter Wir müssen besser zählen Was stand, was war doch schon wieder Habt ihr das gesehen? Da stand, da stand noch schon wieder gerade was mit R1 Fliegst du mich zusammen? Das hat funktioniert Fliegst du mich So, there is a little problem here. Ich will nicht schon wieder hochgehen, ey. Das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder... Warum sind hier... Ach, das sind die Laufwege, na, was ich hier... Und hier ist rot. Eine Sekunde, ich muss nochmal hoch. Am besten, er steckt den ganzen Körper in die Wand. Boah, geil wieder, ey. Was ist... Warum ist das hier rot? Oder war das drüben? Was ist hier? Also langsam, na. Ich verzweifle wieder. Hat jemand was von euch gesehen, was ich wieder nicht gesehen habe? Kann das sein? Klar. Aber wer weiß, ey. Wer weiß, das stimmt wieder, ne? Ich probier's mal. Oh, oh, oh. Was war hier? Ja? Ja? Zeig mal her. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch nicht sein, Mann. Was ist hier? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß... Es gibt's nicht ey! Vielleicht habe ich oben irgendwas übersehen schon wieder. Und hier ist rot. Das sieht aus, als würde man... Hier war auch nichts außer die Kiste. Ich finde Bode! Ich finde Bodo! Wo ist der Bodo? Hier ist nicht Bode, sondern Bodo. Schau mal, hier draußen sind... Das war ja klar, ne? Es war ja klar! Dann hast du hier noch eine Tür. Die geht von hier nicht auf! Was ist der Bodo? Was ist der Bodo? Es muss hier unten irgendwas sein. Kannst du mir das vorstellen? Kann ich einen Stim kriegen, Kompe? Was ist der Bodo? Was ist der Bodo? Was könnte es denn sein, ey? Hier ist auch nirgendwo irgendeine Öffnung oder ein Eingang oder... Das war ja das hier. Ein Bodo ist der Bodo. Aber hier ist die Bodo. Es ist Ihr Bodo. Das war's für heute. Am Ende ist es irgendwie nur so eine Ablenkung, die Tür und es geht woanders lang. Ich muss noch mal runter, vielleicht hat es was mit dem Roboter auf sich. Okay, Robo. Okay. 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 Und wo war's. Ich hab gedacht, er kann das nur bei den grünen Wänden machen. Es gibt ja die grünen. Da kann er das machen, ne? Diese grünen Laser. Weil wenn ich dagegen laufe, aber wenn ich durchdäsche, okay, jetzt weiß ich's. Krass, ne? Weil ich, ich denk mir, okay, das ist ne rote Wand, ne? Das, das muss man irgendwie, irgendwo muss man den Strom ausmachen, ne? Oder irgendeinen Schalter drücken, ich weiß es nicht, ne? Wär ja nicht das erste Mal, aber... Okay, so ist es halt. Mittelsicherheitsprotokoll des Hangars stimmt. BD1, hier rüber. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperials. Gut gemacht, BD. Du wirst mir Zudruck auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bord an hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Achso, das fährt wieder weg. Alles, was im ersten Teil. Da, das ist Bord's Jäger. Was meinen Sie, wenn ich kämpfen müssen, solange ich hier stationiert bin? Das wird zweifelig. Dieser Handler ist gegen der Erhütungssicherheit. Wir gehen in den Ausdruck. Der gesamte Verkehr mit der Einrufassung und der Sitzung muss auch weiteres aufstehen. Aber ich tue schwer aus. Doch, doch. Ich soll ja bitte an die Stelle überwachsen sein. Das spielt keine Rolle, egal was er hat. Das ist die Macht. Ich werde ihn erschießen. Jetzt bräuchte ich das hier, ne? Aber hier ist... Stopp, 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 stopp. Genau. Hier ist sogar eine Kiste. Was muss ich noch aufmachen? Ah, warte mal, ich will es mal anders. Das wäre, glaube ich, besser. Ich werde es schon wieder auf dem schweren Weg probieren. Es sind viele dazugekommen, ja? Das stimmt, ey. Das wird bestimmt lustig. Der Fall hat ein Kinoabwehr. Ich lasse nicht zu, dass du mitzuhlst, verrägst. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der zähre Landeplattform umgeleitet. Okay, so, jetzt habe ich schon mal eine Abkürzung. Jetzt haben wir schon 0 Uhr 6. Peter Zwieger, ey. Na? Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Denn winkt sich neuerdings aller Regeln. So, so soll es das nicht der sein. Danke. Nein, du meinst. Er ist gekocht. Bringt es zu Ende. Benötige Warnung. Stehen bleiben. Verteidige mich. Wer schießt denn auch schon wieder auf mich? Ohne Autorisierung. Was wolltest du, jemanden scannen oder? Ne, hacken. Hacken. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Auslöschung, Truppler auf dieser Basis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Okay, der hat das überlebt. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt hier's Quartieren. Hey, ein Jedi. Fasziniert. Phenopein. Fick doch ab. Benötige Warnung. Schlaf nach oben. Inkompetent. Weglaufen wird nicht kontrolliert. Errede ich den Eindringling. Ich bin fertig. Beeilung. Wegst du deine Schmerzen nicht? ibt es nur noch nicht ihre Schmerzen? Keine Schmerzen. NDet我的 Schmerzen nicht. NIEGuess, ich bin schmerzt. Ich werde dich aufhalten. Wie, wie heißen die, wie hieß, wie, wie heißen diese kleinen Roboter? Den, wo ich jetzt zuletzt getötet habe. Die sind ja ganz bekannt aus den Samus-Filmen, ne? Ganz, ganz bekannt sind die. Mir fällt es gerade nicht ein. Einer von euch wird es bestimmt wissen. R2-D2, ja, hey, ja, ja, jetzt, jetzt kommt es mir wieder. Jetzt kommt es mir wieder. R2-D2. R2-D2 gut. R2-D2 gut. Lass dich nicht weglaufen! Mannheim, ich hänge los! Nein! Was bildest du denn ein überhaupt? So zu treten du dummer Depp! Komm mal her! Mannheim, das ist! Jetzt anstatt halt! Das Ziel ist schnell! Die Verteidigung des Heindes ist stabil! Das Ziel ist verständigt! Ziel ist in Höhe! Ich hole eine 30-Piode! Oho! Oho! Hey meine Süßen! Wie geht es euch? Komm mal her! Das war's! Ciao! Ich habe das eine Falle war! Oho! Oho! Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden! Ciao! So, da gehen wir nicht lang! Ich gehe erstmal zurück! Na! Vielleicht geht es da auch! Doch nicht! Was ist da drüben? Ist da irgendwas? Schau mal! Lass sogar die Tür auf, Mann! Oho! Also gut! Lass sehen! Die Plattform ist wohl nicht hier! Okay! Ahhhh! Guck hier durch! Auch nicht! Röne Schall in der Mitte! Ahhhh! Ahhhh! Mach uns holler so aus! Ich hab mich nicht fest! Oh! 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 Ach komm, ich las... Nein! 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 Keine Gnade! Gerade bin ich für den Moment schwach geworden. Alle müssen sterben, ne? So, das ist der Aufzug. Der Einbringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Trinkt ihn zu! Nicht! Ich kann den Lift von hier nicht holen. Das war ja klar, ne? Welchen Lift kann ich überhaupt holen in dem Game? Abstand halten! Wie sieht's so aus mit dir? Kommst du rüber? Komm her! Am besten du springst in den Tod! Komm rüber! Nein! Da haben wir auch noch einen. Da haben wir noch einen Roboter in der Luft. Ja! 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 Kommt's in den Tod! Komm! 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 Herr Spannungs- Was ist das? Schon etwas stressfreier jetzt, na? Hey, Samus, was geht? Kann ich noch? Was geht, Samus? Ich hab dich gefunden! Ich hab dich gefunden! Das war's für mich! Bisschen Sporn nebenbei zocken, zockst du auch so aus. Also den Roboter spare ich mir da unten. Definitiv. Defenskrid of Flarking, what the f**k Defenskrid sagt mir, Enos? Ja, komm her. Schau. Bleib einfach zurück. Bleib einfach zurück. Ich kann ihn nicht. Habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Defenskrid. Habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Welche von Alien sein? Holst du Platin? Und wie schwer ist die Platin? So wird's gemacht. Was hier abgeht, ey. Zwei große, ein mittlerer. Ganz angenehm. Und sonst schwirre ich eigentlich nur Tesso. So, ein Moment, ich muss schon mal aufs Klo. Nein. Wo ist mein Latschen? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, na? Tesso, was ist Tesso? Tesso! Tesso! Ohnya! Bambta,zarne! Tesso... Deutschland tigers. Tesso. Oh. Tesso! was ist normal herausforderung genug klaus ja mmo ist das stimmt es ist tot mehr oder weniger ach so ich will auch mal auf großmeister spielen aber ich weiß nicht ob das meine nerven aushalten vor allem vor allem bei der performance hier ja das hast du aber auch im multiplayer spielen wenn du mit anderen spielte ist du genauso zusammen auf jeden fall also ich bräuchte mal vielleicht langsam ein ja natürlich das muss man mit gescheiten leuten machen mit so ein paar wurschtis na da kann ich auch alleine zocken wenn man das verfahren spielern kann man auch mit ja dann kann man auch ja wie soll ich sagen einen moment dann ist es mehr oder weniger wurscht aber just for fun wer spielt just for fun multiplayer alles kommt drauf an kommen auch drauf an was wir spielen das ist immer so eine sache was man spielt wie na hast immer noch den spaß ja das ist doch gut oder spiel ist auch schon ein paar jahre alt na ha klips es wäre mir viel zu schade aber ich habe einen von elden ring die hülle kaputt gemacht noch widerstand ist zwecklos er gibt es drück auf den kalt vor schreibe das erhöhe die reichdruck erfülle mission werfe kann an erweist aus schwerten nicht scheitern hallo erläuft ha 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 ist das geil ich werde nicht ich werde dich aufhalten ich werde dich aufhalten hierher bitte hierher hierher hat wie da hast du alles ich werde dich aufschauen so ist es ne der controller ist schon über drei jahren ... ach du hast dir gedacht ne ach der controller ist drei Jahre alt ich schmeiß ihn mal gegen die wand oder er hat auch drei Jahre egal nur drei Jahre zu viel oder ja 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 und noch im Bildschirm auch noch, oh das ist krass ey oh der kommt her oh du bist super auf jeden fall komm her ja nicht zu stürmisch ja rauf und ja 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 ne geht ja das stimmt also man muss bei crossplay unterscheiden finde ich crossplay zwischen konsolen ist geil aber sobald der pc mit reinkommt finde ich schon reutig auf jeden fall da ist wisst ihr was ich mein sobald der pc da mit reinkommt wird es irgendwie das merkst du halt sobald der pc finde ich das merkst du bei so vielen spielen einfach aber untereinander finde ich finde ich finde ich sogar gut untereinander auf jeden fall wenn playstation xbox oder ps4 mit ps5 oder so nah das finde ich auf jeden fall in ordnung das ist auf jeden fall in ordnung aber mit pc seit es crossplay gibt mit pc ist nicht viel gutes rausgekommen bei cod war so nah als das damals kam und dann das erste mal crossplay da kamen die ganzen cheater mit rein bei destiny 2 war das ja genauso nah das crossplay mit pc das hat alles nur noch schlechter gemacht also pc die sollen für sich bleiben außer es sind leute die halt ganz normal spielen finde ich geht jetzt ans funke red und beendet den alarm sonst was ihr seid ein jedi ich weiß wozu ihr fähig seid und wozu nicht los hans funke red jetzt hier kommander dann weg der jedi wurde neutralisiert alle einheiten zurück in bereitschaft ja ohne pc ja das ist geil es ist gut bei players unknown battleground da ist es genauso bei pub schießt es genauso ungewohnt nachlässig also so war als ich selbst mal gespielt habe auch nur konsolenspieler untereinander sie befallen ihm ein team zu infiltrieren korrekt ist bereits eine ganze weile meine waffe eine effektive anders als die gepanzerten abscheulichkeit der inquisition dann ist das also wahr das habe ich auch schon gelesen das habe ich auch schon gelesen mit dem delay das habe ich auch schon gelesen stimmt stimmt da habe ich auch mal was gelesen ich muss das beenden solange ich noch versteht ihr nicht brot hat euch hierher gelackt um mich zu vernichten sie kommen ich bin ein toter mann ich bin ein bisschen gestorben ich bin ein bisschen gestorben ich bin ein bisschen gestorben ja oh shit die sind gesürzt xbox bekommt er den netz xbox die kriegen den deal natürlich ganz ganz sicher kriegen die den ganz 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 sicher die klingen ganz sicher dass da so viel geld im spiel der hat der hat stopp 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 das ist ein unterschied das ist ein unterschied ob blockiert oder abgelehnt das ist ein unterschied blockieren kann man wieder aufheben weißt du wie oft der blockiert wurde die letzten monate das ist das ist ganz sicher wenn wenn da jemand kommt und er will was kaufen und legt richtig viel geld auf den tisch das wird da da wird da kannst du machen was du willst wenn da fünf parteien kommen und die veto einlegen dann dauert das alles länger aber blockiert ist weil nicht gleich dass es nicht gekauft wird die werden wisst ihr warum weil aktivischen als die wollte die wollen dass verkaufen die wollen verkaufen und microsoft hat sofort gesagt wir kaufen euch wisst ihr was ich mein dass es kommt nicht aus heiterem himmel microsoft ist nicht her gekommen und hat gemeint wir kaufen euch jetzt weil wir lust haben die wollen das verkaufen deswegen ist es zustande gekommen genau dann 80 oder 100 das ist das ist wenn die das blockieren dann dauert es wieder ein paar wochen länger weil dann wird mehr geprüft dann wird das gemacht das aber das das wird schon so oft blockiert das sind immer solche nachrichten da könnte ich kotzen einfach na das ist alles nur so ein bullshit na alles gut alles gute die wollen das verkaufen die wollen das loswerden aktivischen möchte die möchten gekauft werden na ja die wollen das ist das ist wirklich so unsere tarnung auf das ist das ist schon auf jeden fall die wollen das loswerden ja das ist echt krasse ja microsoft die haben das geld na und dass die briten jetzt ihr veto das ist ja nun wie die wollen die das ist ja die die können da gar nichts machen die können jetzt sagen hey ihr kauft es nicht das geht nicht das geht nicht was wollen die können gar nichts machen das ist ein land und das da funktioniert nichts möchtest du versuchen ob du etwas aus ihm heraus bekommst richtig erhalten sturmtruppler ein resistenztraining von dem ich nichts weiß das ist genau das ist genau mein problem den weg sagte neutralisiert nicht tot das ist ein riskanter schachzug von den weg die inquisitoren in ihrem eigenen spiel übertrumpfen zu wollen lasst unsere neuen gäste das wie kann ich ihnen helfen ich habe einen termin und worum geht es bei diesem termin und wir überwachen sie ja mit der 360 ey das ist vertraulich ich habe die nötigen Klaus hat Ahnung ey Klaus Klaus hat Ahnung ey der Klaus hat Ahnung schickt einen Sicherheitsdroiden runter ist das notwendig ich kann keine Ausnahmen lassen sie mich sofort durch das ist so der Klaus der Klaus das stimmt nach der 360 ging alles bergab na der 360 war so gut danach ging alles bergab alles 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 einfach ich weiß nicht warum die haben die haben alles immer richtig gemacht und dann sei auf alles gefasst ja 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 das ist so schleift halt alles ein bisschen ne die vielleicht sind die einfach so Dinge worden so äh wie soll ich sagen ähm hatten keine Motivation mehr sehen wir uns rum er hat die ganze zeit informationen über uns gesammelt na na ach ja ich will kann alles anderes nur ach den Kopf zerbrechen na ja ich alles alles auf jeden Fall nicht ja der interessiert sich der hat krass wie viel Kohle der hat ne der billy ey haha der billy sorry macht telekinese ich glaube ich hebe das nochmal auf hier die konzentration länger ist festzuhalten ja ist ja nichts neues ne alles klar gehen wir Mama es ist okay mein Schatz ich weiß nur du und ich Katha mhm nur du und ich Boats Tochter und ihre Mutter und Stadia man kennt ja Google natürlich ist egal Hauptsache für uns bezahlbar ja Google ich kann gegen Google sowieso nichts sagen na ich ich halte mich da raus ich haha ich bin YouTube Partner deswegen halte ich da meine Klappe na deswegen bin ich da gar da bin ich ganz ruhig na ich kann mich gar gar nicht beschweren na also gegen Google kann ich auf jeden Fall nicht schlechtes sagen na ich bringe dir auch etwas hübsches mit und als Stadia auch den äh den Bach runter ging na haben die bei jedem so hab ich das gelesen haben die jeden Fall das Geld zurückgegeben na jedem jedem haben sie das Geld zurückgegeben allen Mitgliedern haben sie das Geld zurückgegeben na ein Datastick sieht uralt aus mal sehen was drauf ist das doch das Ja genau, ey. Google, ich kann euch sagen, Google ist sehr... Ich finde... Na, ich kann nichts Schlechtes gegen Google sagen. Ich mein... Ja, auf jeden Fall. Google ist auf jeden Fall in Ordnung. Fand ich, bevor ich... Das hab ich gesagt, bevor ich YouTube Partner war, hab ich danach gesagt, und es wird auch so bleiben. Für mich definitiv. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Äh, ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie Puppe nicht. Äh... Tja, dann helfen wir dir suchen. Deswegen ist es so, ne? Ja. Können alle schlechter sein. Aber auch besser, ne? Sieht mir ähnlich, oder? Gegensachliche Kritik? Ein wenig. Inwiefern? Ich hab ihn von meiner Mama. Kata. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Kata. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Keine Ahnung, ey. Aber man bekommt die Trophäen trotzdem. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlegt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst gelesen. Mit dem, was ich dort gelernt hab, bin ich verschwunden. Ich hab mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Kata Besorgung machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitor. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denvik versteckt uns so lange, Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tannelaar war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem Versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende Unschuldigen Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Nein. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. No! Lauf! Der Eindringling ist in meinem Quartier. Er ist bewaffnet. Er schießt ihn. Tötet diesen Jedi. Der Eindringling ist in meinem Quartier. Really? Was geht hier ab jetzt? Oh je, das ist kein gutes Zeichen. Habt ihr das gelesen, was da stand? Ergibt sich der Dunkelheit hin. Das ist krass, ey. Das hätte ich nie gedacht. Das ist krass. Da kommt die dunkle Macht jetzt bei ihm durch, ja? Krass. Das ist jetzt heftig. Ich bin wirklich erstaunt jetzt, ne? Krass, krass, krass. Das ist, ich finde es jetzt heftig. Hätte ich nie im Leben gedacht. Ja. Krass. Krass. Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Alter, schweb, wie stark wir sind. Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei, ne? Das ist krass. Das ist krass, einfach nur. Das ist krass, einfach nur. Der hat Angst, oder was? Genau. Es ist krass. Ganz komisch, wieder, ey. Hier stinkt schon wieder, richtig. Hier geht es nicht weiter. Ganz, ganz krass wieder her. Was ist das heftig? Hey Carl, ich empfange jede Menge Funkverkehr. Ist nur okay. Bord ist auf der Flucht. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey Merrin, hast du das gehört? Merrin, äh, wo steckt sie denn? Zerstört den Jäger. Der verrät wird auch nicht entkommen. Wir kommen zu spät. Wir müssen zurück zur Mantis. Das gesamte Personal hält sich sofort hinein. Ich habe mich nicht verweckt. Hör mal dort. Es ist krass, ne? Es ist Zeitlupe. Und der Schaden ist gleich mal zehnmal zu viel. Es ist krass, ne? Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Das kann ja nicht mehr. Sie rettet mich. Ich guckte dich. Komm! Ich guckte dich! Los! 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 Ich bin der Fall. Jetzt! Harcundes, Hilfe! Oh, Falschkasten! Alles okay? Ja. Nichts wie weg hier. Es war dumm, gegen uns anzutreten. Zurück in den Kampf. Schaut mal an, wie er die alle weghaut. Das ist krass. Das ist krass einfach. Es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Es ist kein gutes Zeichen. Es ist... Verdammt! Am Ende wird der irgendwie... auf die Seite... läuft es zur Seite vom Darth Vader über. Schaut mal an, wie Hass erfüllt er ist. Wie Hass erfüllt er ist. Genau das Willbott. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. ganz, ganz, krass. Auf jeden Fall. Haha, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Krass, ey. Aber habt ihr gesehen, die dunkle Macht, wie stark die ist? Na? Das ist es... Deswegen würde ich lieber ein Siv spielen oder... rührt auf die dunkle Seite rüber. Genau wegen sowas. Ich bin okay. Mir geht's gut, Kumpel. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist halt einfach... Ja. Schon ganz andere Sachen. Mann, deswegen schade, dass Knights of the Old Republic stillgelegt wurde. Mehr oder weniger, ne? Das Rollenspiel von Star Wars kennt ihr wahrscheinlich, oder? Der Heddy hält länger und ich sehe es nicht schneller. Okay. Was war das? Das erinnert mich an Elon. Wir haben viel durchgemacht, was? Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Was war das? War das? Ich weiß nicht, was das war. Was war das? Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. Na endlich. Ich hab mir Sorgen gemacht. Moment. Lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Cal. Wir wissen nicht, wo Bode ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich. Ich werd's ertragen. Hab wir verloren. Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tannolor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment. Nur damit ich's richtig verstehe. Du willst, dass sich die Mantis durch eine Nebel fliege, der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alt den Tag freigelegt hat? Ja. Okay, bin dabei. Viel fehlt nicht mehr. Was sagt die Uhr? 1 Uhr. Vielleicht werde ich bis 3 Uhr fertig. Jetzt fehlt nur noch. Entdecke die Route nach Tannolor und dann... Dann war's das, ne? Dann war's das. Mehr oder weniger, ne? Schau mal, man muss ja auch alle Gegner scannen, ne? So wie das hier aussieht, wird sogar angezeigt, wo man die scannen muss, ne? Ah, habe ich die dazwischen? 85, 90? So, ist jetzt wurscht. Sehen wir uns jetzt mal... Hm. Kobo? Ab nach Kobo! Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Können wir nicht. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch? Ja. Okay. Okay! Na, was geht ab, mein Schatzi? Komm her, Cal. Die Reise ist gleich vorbei. Kobo! Kobo! So Da eine Sekunde Da haben wir noch bis 5, bis sie online, online, online Eieieiei, Performance zeigt sie wieder von seiner besten Seite, ne Was ist das? Was ist das? Oder muss ich mich die Kuhi setzen? Geh auf! Er kann das ja immer noch! Er kann das ja, guckst und dich nicht mehr! Ich frage mich da! . 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 Kinderspiel Crazy So langsam We are crossing Let me send this to you Und die Frames, die gehen ordentlich wieder runter, das ist krass, heftig, heftig, heftig. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das fühlt sich jetzt gerade schon wieder an, als würde alles wieder hängen. Wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halssprecherisch ist. Turgle vielleicht. Vielleicht nicht Turgle. Jetzt hält er sich fest, ne? Jetzt macht er es. Oh. Das habe ich voll, oder? Das habe ich voll. Fähigkeit. Je, die Konzentration. Zeig mal her. Da bräuchte ich einen Punkt. Auch nur einen? Nein, was erzähle ich da? Einmal. Erlänger, das festhalten. Überlegen, das festhalten. Dann fehlt noch das hier. Auslöschungs-Troppler. Was machen die hier? Das. Vorwärts. Zwinge auf deine Hände. Das große Schmelzen allein. Färten. Ich hab dich. Schutz! Lass sie nicht aus den Augen! Das ist ein Bauer. Sieh es ab. Zurück. Ich habe sicher nicht. Oh der hält schon viele aus ey. Oh nein 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 nein, komm mal her. Ist da noch einer mit Flammenwerfer oder was ist hier los? Haha, zwei gleich. Nicht töten! Wir werden es in die Stelle auf. Du schleifst! Du langweiligst. Ich rate von weiterem Widerstand ab. Du schläfst! Sein Tod wird vor der Bedeutung dreißig. Verfolge ihn! Er gehört dir! Du schläfst! Du kannst doch nicht anlaufen! Du schläfst! 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 Krasse, ey. Aber es macht echt viel Spaß, was ich sage. Der ist in Ausgewichen. Crazy. Was ist hier? Ah, das ist das Kassel, nehm? benutze ihn doch ich hab gedrückt ey ich drück die ganze zeit schon wieder die ganze zeit drücke ich mach den controller gleich kaputt ey scheißteil mann ich drücke ich drücke ich drücke ich drücke und ich habe zweimal gedrückt es ist so ein krampf na jetzt habe ich die ganze scheiße wieder machen es nervt mich 2 kontrolle ich hab gerade einen schwachen moment also die zonisch ey ich habe vier stimms noch na ich sehe das da und ich habe keine energie wisst ihr wie ich gedrückt hab grad na habt ihr das auch gehört bd schmeißt mir ein stim zu der macht es einfach nicht was ist das für ein scheiß schon wieder es sagt es sogar noch ich kann ich kann es nicht glauben einfach ich bin fertig mit mir Ja, du bist verledigt. Oh, so will ich nicht entkommen. Treib mich die Augen auf. Da ist aber jemand in die Puppe. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Lass nochmal zu. Alles gut abgezogen. Ich bin er überrascht. Geht mehr, mehr. Dann bringen wir uns zu Ende. Geht mehr Mühe. Dann kann sich allen auswalt. Und sich schon mehr abschrecken. Die sind nicht entkommen. Das ist mir riskassiert. Das wird krass. Ja, alles perfekt pariert, du Gnome. Du Gnome, du, he? Da läuft gar nichts mehr bei dir, ey. Da läuft gar nichts mehr bei dir. Du kannst dich von der Flügel hier hoch verstecken. Du kannst dich von der Flügel hier hoch verstecken. Du kannst dich von der Flügel hier hoch verstecken. Die Flügel hier aufhalten. Die Flügel hier sind erledigt. Du fängst unsere Schütter. Zwei. Zwei Stück gleich. Du kannst dich nicht ewig aufhalten. Du kannst dich von der Flügel hier hochstecken. Wenn du siehst, du hast von der Flügel hier hoch 지quält. Ich habe einen Schaden damit. Du hast eine Hustel. Ich habe einen Schaden damit. 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 Ich finde es so schwer die zu parieren Aber ich hab ihn Ich werde es dazwischen. Ihr habt den Betroffen! Sie haben uns erwartet, vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Schon heftig, ey. Damit sei... Der vorletzte Gegner, den ich getötet habe mit seinen zwei Waffen, mit den zwei kleinen Waffen. Ich schwöre es euch, ich schaffe jeden Gegner perfekt zu parieren, aber bei ihm schaffe ich es nicht. Ich weiß nicht warum. Auch wenn die Attacken nicht rot sind, danke. Die Attacken sind nicht rot, ich schaffe... Das ist der einzigste Gegner, ich schaffe es einfach nicht. Deswegen war er jetzt auch wahrscheinlich hier dabei. Das ist so krass. Nein. Das sieht vielversprechend aus. Ich schaffe es einfach nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Aber er ist gestorben. Gar nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Krasse, ey. Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Ich sage euch, ich fand es so schade, als ich die Trophäenliste gesehen habe, na. Ich habe sie mir angeschaut und ich habe nach einer Trophäe gesucht, wo zum Beispiel drinnen stand, äh, spiele das Spiel auf, äh, Siv, äh, auf Jedi Großmeister durch. Gab es, gibt es hier schon wieder einfach nicht, na. Gibt es hier einfach halt wieder nicht. Die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt hat. Aber das wird uns nicht auffallen. Das finde ich schade. Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Ja, war ja klar wieder, dass er nicht funktioniert, ne. Aber hier. Ach, jei. Eines muss man Kree lassen. Sie hat an alles gedacht. Ach. Ich muss mal trinken. Krass, ne. Wenn ich euch sage, was ich heute alles getrunken habe, ne. Also ich habe heute das getrunken, nur während dem Stream jetzt, ne. Nur während dem Stream habe ich fast, die ist auch schon leer, ne. Zwei Flaschen. Na. Noch eine Flasche Cola, ne. Oh Mann, ey. Einfach krass schon wieder, ey. Danke Clips. Na. Ich bin nur am süffeln hier, ne. Es sind über vier Liter jetzt nur in den neun Stunden, wo ich streame. Ne. Hier geht's nicht weiter. Ja. Sie, du hast es geschafft. Oh! Geil, ne? Ja, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Kree erneut wahr werden zu sehen. Oh, ist hier das Ende, oder? Geht's Richtung Ende? Oh ja, es geht Richtung Ende. Ja. Das ist die letzte Story-Trophäe gewesen. Die letzte. Danach kommt keine mehr, außer die fürs Abschließen vom Spiel. Danach warst du schon, ne? Das ist kein schlechter Anblick, oder? Wissen Sie, das macht mich nostalgisch. Mein letztes Gespräch mit Meisterin Kree war vor 200 Jahren. Aber wenn ich sehe, wie Ihr Experiment den Himmel erleuchtet, fühle ich mich Ihr wieder ganz nah. Das verstehe ich. Das tun Sie nicht, wahr? Oh, Kerl Kestis, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin, dass Sie mich aus diesem eingestürzten Tunnel befreit haben. Gute Reise. Und wenn Dagen Garra diesen Flug auf sich nehmen kann, dann können Sie es auch. Er geht aber wieder runter, oder? Oder wo geht er jetzt hin? Der Moment ist zurückzukehren, Kumpel. Ah, ich soll zurück. Okay. Alles gut. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tennalore. Alles gut? Komm mal her. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Die End! Das Ende! Crazy, crazy, crazy. Boah, das Parken hängt schon wieder, ne? Dieses Hängen ist so krank in dem Game. Ich hätte gerne eine andere Farbe. Was ist hier los überhaupt? Warum kriege ich kein Rot? Darauf bin ich ziemlich stolz. Hoffentlich ist Grease bereit für einen turbulenten Flug. Ist es soweit? Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Wacht mit Ihnen allen sein. Und mit dir sie. Tja, was meinst du, wieso sie so lange braucht? Der Gengara hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen sie auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Wow. Es geht los. Ich weiß, ich weiß. Willst du lieber fliegen? Das ist schlecht. Nichts, ich weiß. Du rechts stimmst. Ich witte die Augen zu sehen. Schuss. Das ist tführend. Oh, woher. Das ist alles. Das ist alles. Ich weiß. Das ist gut. Wunderschön. Oh ja. Ich wette, das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Strudel, Apfelstrudel, ja? Toll, das nenne ich einen Hindernisparcours. Sie kommen zu schnell. Aber du bist schneller. Hör auf zu steuern. Und flieg endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauscht Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das, Baby. Moment mal. Will ich mir das ein, oder wird der Tunnel immer enger? Was bildest du dir nicht ein? Ach, weh, was ist los? Oh, nein. Ich kann nicht, Benni, zu. Oh, nein. Wir müssen schneller werden. Mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Überraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Und jetzt. Du hast es geschafft, du dreiharmiger Sohn eines Gunders. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Oh, 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 oh. Das sah dort schön gut aus, ne? Bis die ersten Frame-Brops kommen wieder, ne? 20% erkundet. Ich bin noch grad mal hier gelandet. Ich geh mal kurz aufs Klo. Einen Moment bitte. Das Ende müsste ja gleich kommen, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020